so meine Herren wir müssen kurz sagen ja es ist ein kleines Bild und gleichmäßig jetzt in Wiensteu ich ja aber das mit der Bote einsteigen zu tun das ist er jetzt irgendwie bei mir du möchtest einfach nur rüber wenn ich da mal bei dir bleiben du bist mein Freund ich liebe dich wohl dass der Bote da nicht auffüllt ich will sowieso jetzt gerade keinen eigentlich bei mir gerade los abgeschossen ja kill wechsle das Magazin hab ihn jo hab ihn so läuft das nice ab ey man kann wir uns jetzt ein bisschen absprechen also wo bist du Freund er ist vorher gegangen oh nein oh nein nichts gut nichts gut jo wir haben jetzt eine größere Aufnahme Season für die Leute die es für euch interessiert ich werde gleich auch noch mal gucken ob der letzte Part eigentlich aufruf hat schon er ist jetzt fast zwei Stunden online und deswegen für die Leute die es interessiert die gucken natürlich das auch wie verrückt dann auch mal in der Zeit wo man auch sehen wie ich gestorben bin ach ich bin ja schon wieder am Leben ja mit Röke ist er holt durch ein Messer jetzt mal so nachgeladen wir haben jetzt trotzdem wenn ich nichts ungerinnert habe aber trotzdem noch äh 750 Kills zu schaffen es ist natürlich kein leichtes Pflaster aber es ist machbar ich komm gerade gar nicht mehr rein ne in welchem Sinne ach ne ich krieg ich komm einfach geht einfach grad nicht ich finde hier aber auch überhaupt nicht mehr glaube ich mal wow hier sind ja alle so guck mal guck mal guck mal ja ein Aufruf hat das Video Aua Eis wird noch ich glaub da ein Aufruf war ich sogar Psst das musst du ja nicht wissen ja also der eine wird das wohl weiter erzählen wo das Abgehen auf dem Kanal wir werden das alle sehen ach 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 ich hab keinen Bock mehr ey wir wieder gewaltfreie Spiele spielen ähm gibt's das noch auf dieser Welt gibt's das noch auf dieser Welt das ist eine echt gute Frage ach das ist Team die Teams müssen die ganzen Kills machen achso dann geht das ja drohne nähert sich dann würde ich sagen es ist ja eigentlich recht simpel dann würde ich sagen es ist ja eigentlich recht simpel dann würde ich sagen es ist ja eigentlich recht simpel 750 zu erreichen ich denke der noch von den Stanzküchern brennt hier ernsthaft äh mit einem Raketenwerfer rum ey jo macht doch auch ja jetzt ist der Tod wo ich grad hinauf war also was soll denn das ich hab ihn einfach los schießen weil ich nicht weiß wohin wo ist das Radar offline Radar darf nicht offline sein aaaaaah so hhhhh haaaaaah Matrix sag mal lieben wir uns überhaupt noch Was? lieben wir uns überhaupt noch oh so gar nichts das ja Wow, ich habe keinen getötet. Ich laufe irgendwie nur im Kreis, so wie eine 8, man wird schon langsam schwindelig. Ach, scheiße. Ah, nachladen, genau. Ich habe mich getötet. Alter, schweres Ufer hier. Wow! Na los, na los! Du mit... Jetzt kommt der andere rum. Was? Ja, jetzt geht er los. Jetzt lasst er da oben aus. Na, Granate! Warum wirst du in Granate? Dann willst du mit mir? Nein, jeder von mir aus dem Team. Das sind keine Bots. Die sitzen eigentlich gerade alle neben mir und spielen gerade mit. Oh, f*** deine Oma. Äh, lieber nicht. So, ich nehme jetzt einfach mal deine Waffe. Na und dann? Denkst du, du bist besser? Okay, schon. Jetzt schließt es doch gar nicht. Okay, ich bin tot. Ich bin besser. Ich bin tot. Abgeschossen! Auf die Beine! Da wurde jemand abgestochen. Bewegung! Angst! Abgeschossen! Nicht abgeschossen! Nicht abgeschossen! Nicht abgeschossen! Nein! Waffe wechsel! Waffe wechsel! Nein! Oh, da führt mir hier nichts mit. Aber ich sehe gerade, irgendwie läuft es nicht bei dir. Hm. Denk einfach dran, was wir dann nachspielen. Okay. Was eigentlich gewaltfrei ist. Was in einem Land verboten worden ist, weil es zu gewalttätig ist. Was? Was? In welchem Land denn bitte? Ich glaube, Schweden. Denn Schweden spielen die das in der Schule. Nee, aber in irgendeinem Land, Finnland oder sonst irgendwo, ist es verboten, weil es zu gewalttätig ist, weil du Monster abstichst. Aber dafür ist hier denen alles erlaubt. Na gut, weil es ein Kinderspieler ist. Es wurde vielleicht die Altersbeschränkung herabgesetzt. Ja, ich weiß es nie. Aber irgendwas war da. Ach, das ist mit so einer X-X11 hier. Jo, hat's mir getötet! Komm, rein rein rein! Waffe wechsel! Waffe wechsel! Waffe wechsel! Warum? War es da nicht, warum die noch hier explodiert ist, oder was? Nee, ich hatte keine mehr. Jo, ich habe eine Granate geworfen, direkt neben mir, warum noch nicht? Ah! Ey, du tötest so oft mich, das gibt's doch nie. Bin ich so schlecht geworden? Das fragst du noch. Ich müsste doch deine Reaktion hoch sein als Tormer, oder? Bin zwangsläufig. Jaaaa, drei Stück hintereinander! Deine Mutti. Äh, die auch. Bist auch drei Stück Kuchen hintereinander? Äh, glaub ich sogar. Ah, ich esse mal einen Vier. Oha? Das ist so ein lappenhaftes Verhalten. Och. Ich meine, viel Kuchen. Also, keine Stücke. Ey, nicht töten! Mir geht's grad ein bisschen scheiße. Ich hab einen trockenen Mund in mein Auge drehen. Das ist eine Fäuserin. Ahhhh. Tun. Was tun ist? Was? Oh, das ist eine für uns. Nein, 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 nein. Nein, 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 von wo, von wo? Der ersticht er mich. Ja, warum denn auch nicht, mein lieber Freund, nicht wahr? Nein, 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 nein. Weg zu machen. Von hinten. Die ist, die ist in Germany. Naja? Ein bisschen müde bin ich, glaube ich. Die Drohne nähert sich. Die Drohne nähert sich. Die Drohne nähert sich! Die Drohne nähert sich! Bewegung! 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 Abschuss bestätigt! Du hast grad ganz schön krass gefressen, ey. Tja. Das stimmt sogar. Blitzschlag erwartet Koordinaten. Ich fress ziemlich viel und verteilt auch ziemlich viel. Na! Ah! Mal mit. Jeter. Wetter. Westergeier. Was für ein Heter. Bisschen leveln? Dann kann ich bestimmt zu essen. Oder was sagst du? Was? Bisschen noch leveln, nur dann kann ich bestimmt zu essen, oder? Im Sprung. Geil. Was war das denn bitte? Was war denn das jetzt? Achso. Mine. Ähm. Boah, wieder mal eingetroffen. Ich bin stolz auf mich. Dieser Blitzschlag ist so hammergeil. Ich treffe immer so viel. Bewege auf! Häh! 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 Leergeschoss! Häh! 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 Dieser Meta und ich, wir haben, glaube ich, so ein kleines Problem. Da sticht er mich ab. Der Kunde, der kann nicht mal langsam mit seinem Messer. Warum? Du musst doch mal geneitert werden. Nein. Verbündete Vorräte untermauern. Ich dachte, du hast beide ge- ach ne, ich wollte gerade sagen. Ne. Nicht ganz, nicht ganz. Verbündete Drohne näher. Das wäre ziemlich lustig gewesen. Jetzt lasse ich mich mal wieder. Für die 7.50 pro mal extrem lang. Halbe Stunde bestimmt. Ja, das kann gut sein. Taube egal. Abschluss bestätigt. Nachladen. So. Drohne nähert sich. Keine Ahnung, wie man nicht hochkommt. Auf die Beine! Leveln kann es bestimmt hier gut oder so. Also, also, wenn... Naja, würde es fehlt aber nicht. Ja, wenn's... Da könnte man so extrem levelnieren. Drohne steht bereit. Ja, Junge. Du hast echt gut aufgeholt, muss man sagen. Von deinen Anfangsschwierigkeiten. 38 Tode und 38 Siege. Also, das ist ein Scheiß. Ja, erst mal gesehen, was deine erste Runde gegeben hatte an Punkte. Ah. Ah. Äh, dann... Entgegengesetz, das ist doch schon... Eine 1-Akad. Das ist besser, als was ich sonst mit einem anderen Shooter habe. Ernsthaft? Ich hab ne 0,4er-Kade in Sons 7 Shooter online. Selbst in GTA habe ich unter 0,1... Äh, unter 1. Also lass mich mal die Freude, dass ich jetzt hier besser bin. Äh, in GTA... Äh, in GTA hast du doch Auto-Aim. Trotzdem hab ich ne Kade von... Welch der Geier? Wie wenig? 0,5... 0,6 wenn überhaupt. Wusste gar nicht, dass man im GTA überhaupt ne Kade hat. Ja, doch, gibt's... Ah, kannst du einsehen. Ich weiß jetzt nicht, ob... Äh, online oder... Oh, 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 sorry. Du hast irgendwo ne Kade, das stimmt. Hä? Du hast irgendwo ne Kade, das stimmt schon. Du hast ne 296 Kade, Alter, was suchst du denn? Ja, hier, ja. Weil ich gegen Botspielspiel, aber sonst sie online spielen. Was wir hier online spielen, da bin ich bestimmt so ein richtig... Richtige Nutter bin ich hier bei... 003 wenn du brauchst. 003. 0,3. Gibt so nicht, was kann ich nicht. Macht ja, wie passiert, aber... Der wär... Wenn ich jetzt online spielen würde, wär bestimmt jeder hier in dieser Runde besser als ich. Ja, du, da gibt's die... Die gehen übest ab. Können wir dann gleich mal machen. Alter. Bleib ruhig. Lappen. Matrix, du hässlichal... Blauch. Jo. Ja, geht doch nie auf mich, da kommen drei Leute raus, da geht ja alle auf mich, was soll denn das? Ach, ich bin auf einmal so schlecht geworden. Hallo, Waffe wechsel, Waffe wechsel, wachsen. Er ist erledigt. Leer geschossen. Geht bestimmt, die rasten bestimmt mir alle aus. Ich tu die alle muten. Die rasten... Die sind ja... Ich lehne die keinen bestimmt drauf. Die... Die bändert halt übelst durch. Ja, die Drohne erwartet Befehle. Ah... 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 Wollen wir in eine Hundehütte, oder was ist das? Ja... Ah... Ich wollte grad sagen, du hast schon wieder das in der Länge. Dieses Mal nicht. Dieses Mal nicht. Ohne erwartet Befehle. Oder wir machen hier einfach dieses Spawn Trapping. Wir machen erstmal hier noch ein bisschen. Wie sieht's denn aus? Ja, ähm... Ich weiß nicht, wann haben wir begonnen? Ich habe keine Ahnung warum. Um 12 glaube ich. Ne, ich meine mit dieser Runde. So, das dauert noch bisschen. Ja, Lappen. Das ist das leider nicht alles in ein paar Tore. Egal ob sich das irgendwo kommt oder nicht. Hä? Das ist alles in ein paar Tore. Egal aber nicht. Da kommt er um die Ecke und gibt mir einen kleinen Messer in den Hals. Warum auch nicht. Komm schön, nachladen schnell. Ich muss schon in der Bewegung bleiben. Von hinten kommt er das Weiterein. Naja. Ja, tut mir leid, wenn du von ihm weg gehst. Ich... Er ist erledigt. Ich sag nichts dazu. Ja, ich weiß, ich komme gerne von hinten. Hä? Nicht. Ich hab nicht gesagt, dass ich gerne von hinten komme. Was? Was? Was war das denn bitte jetzt? Ein Blindgranat? Hä? Irgendwas geworfen und ich hab nichts mal gesehen. Hä? Und? Da hat irgendjemand was geworfen und ich hab nichts mal gesehen. Oh. Oh. Verdient. Auf die Beine. Ab in. Ab in. Ab in. Ab in. Warum verdiene ich überhaupt sowas? Na bankเหl Previous. So wie du? Ehm. iguiduurux. ים trousers. bei uns auf facebook der der beste also der post mit der meisten reichweite hat irgendwas mit 1000 leuten sicherlich mein video nicht wahr glaub ja das haben wir die für das wortende die 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 dings hier haben wir das video genutzt gehabt weil sie ja kein anderes vorstellungsvideo haben wir sowas für euch soja jetzt weiß ich wenn du meinst ja bestimmt oh nein das spiel mit einer pistel ja mit den scharfschützen in dieser entfernung du kannst nie hallo umzingle dich aber nein ich stehe man alt da von 204 auf eine 2,8 kd hallo Hallo! 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 Schuss! Vollenten! Schlimmklapp geschaut! Das hier sieht so ziemlich geil aus wie du auf jeden Fall vor meinen Augen in den Fall bist. Echt ein Bart! Das ist ja grad ziemlich geil aus wie du auf einmal einfach vor meinen Augen umgefallen bist. Halb dein Moll! Junge! Von wo?! Ja das war doch einfach nur so reingeballert. Man hat doch nichts gesehen. Was? Oh Mann, wir haben bereit! Ja, klar! Abgeschossen! Ja, klar, klar. Hallo, komm! Ich brauch mal wieder ein paar Pünktchen Ein paar Kürze Um es mehr zu sagen Denn ich will Blitz, ein Schlaf, Blitz, ein Schlaf, Blitz, ein Schlaf Nein Doch, das brauch ich sagen Nein Ich kann die auch krampeln, ey Das tut zu weh auf die Fliesen Ja, genau Spawn Trapping Du kotzt mich an Ja, Blitzschlag, aber Koordinaten, geil Geh ich halt ins Haus, juckt mich nie Na, was ist denn los? Doch kein Blitzschlag Nö, ich mach ihn doch nicht Ah, okay, mein Zogenbegab, dankeschön Hab ich dich eigentlich Irgendjemand hab ich mitgenommen, Krall Abschluss bestätigen Schade, niemand mitgenommen Schlauer platzieren Ja, wie du hast ihn mal fast alle mitgenommen Hä? Der ist immer du, du hast ja alle mitgenommen Ich? Ja, in irgendeiner Runde, ich glaub in der vorletzten Folge Ich muss mich so gucken, wie die Folgen jetzt hier aufgeschnitten werden Das ist ja gewalttätig Nicht mal viel, die Hälfte aber geschafft, Jungs So viel kann das nicht mal sein Nur noch eine halbe Stunde Wir sind nicht eine halbe Stunde, dann machen wir alles Geschäft Ich will noch ein bisschen was anderes spielen Alter, ich war kurz vorm Blitzschlag, ne Und dann kommen diese Hurensöhne Eine Granate hätte ich runterwerfen müssen Ne Granatechen, glaub ich, hätte geholfen Ja, greift denn hier an dein Shit-Herz Alter, schon wieder kurz vorm Blitzschlag getötet Ich hasse mein Leben Aber ich hab dich durch die Wand erschossen, das ist schon mal sehr gut Lappen Aber durch die Wand? Wallhack Wallhack Vollmantelgeschoss In die Sinne von uns Trottel Nimm mal schieß, Alex Wechsel das Magazin Ja, genau, Alter Ach du warst das So 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 verein Warum messert der denn nicht? Mensch, ich will doch nicht – ich will auch Blitzschlag wie hier die ganz frühen stünden da das blick schlag aber die leute so hat sie ein bieten kämen an möchte sie mehr davon wissen wo dann geht auf kamen.com diese seite existiert leider noch nicht aber in wenigen jahren vielleicht schon ich habe noch schokolade im kühlschrank es fällt gerade ein dass ich kein bock mehr so ist die richtige einstellung ach komm ich nehme einfach eine andere waffe bin hier mal die hier so schön rum lag ist dort ein totenschädel drauf mit so einem gelben zeichen ding ok ja sie schock nachos was nachos ja die sagen doch mal abschuss ach so abschuss ich hab nachschuss verstanden ja habe ich auch gesagt das ist mein wort für abschuss nachos ja 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 Ja, Matrix, schön. Verdammtisch. Der Stuhl tut mir jetzt schon leid. Deswegen kaufe ich mir auch keinen neuen Gaming-Stuhl, weil der würde bestimmt kaputt gehen. Der würde es dann so wie beim Remi werden. Also, wenn ihr seid, dass ich einfach nur noch ausfüllen würde, wenn ich dieses Spiel hier dauerhaft spielen würde. Also, wenn es sich wirklich so sehr hart gewünscht wären, dann würde es ja auch öfters kommen. Weil Spaß macht es auch, das hier zu spielen. Das ist eben so die Sache. Ja, mit wem und wann und was und baba, baba. Aber Spaß macht es insgesamt, ja. Wir können auch mal Counter-Strike-Source spielen. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich muss ja erstmal wohnen. Könnte man auch machen, ja. Boah, krass. Ich habe leider nur eh erwischt. Mensch, ich wollte den Werfer-Dop aufheben, Leute. Kürzt ihr mich langsam an. Ja. Machen wir auch nicht. Oh ja, oh ja, sicherlich. Machen wir auch nicht. Warum auch nicht? Nein, warum auch nicht? Ich muss mehr mit den Waffenwechsel machen. Das habe ich doch vorhin so gut gekonnt. Was machst du? Mehr mit Waffenwechsel machen. Achtung, feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Ja, sicherlich. Trefft dich nicht. Ich traue auch nicht. Ah. 100 Punkte für das Unterschied. Wir können auch aufholen. Es ist leicht, es ist leicht, es ist leicht aufzuholen. Er ist erledigt. Abholen, 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 nachladen. Holy shit. Oh, 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 oh. Jo, 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 jo. AhWell. Ah. Ja. Wieder mal eine Granate werfen. Nicht. Ah, der hat mich durchlächert wie verrückt. Da bin ich leider hingefallen. Ja, was hast du denn jetzt wie eine Waffe? Die habe ich schon die ganze Zeit. Ja, stimmt. Die ist doch ganz gut, was hast du denn? Was? Die ist doch ganz gut, die Waffe. Ja. Hau auf, Mann, du koschst mich an. Wie kann man so ein Mensch sein? Das war sowas mit der Klasse. Ja, wer bleibt denn die ganze Zeit da? Ja, ich meine, dass du von jeder Seite kommst. Ah, Alter, die Waffe ist so nice. Du koschst mich an! Ähm, das weiß ich, das sagst du mir schon seit Jahren. Wie ist es so genau? Was will ich denn? Da und ja. Wack! 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 erledigt wenn ich so viel rennt aber man wird direkt vor mir stand der kunde warte 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 ich habe hat mein laptop zugeklappt sorry echt jetzt so gut gelaunt schon ich bin ich probieren ob ich mir den Namen eh nicht merken werde der einschüssen auf das herrscht nur für nachgucken müssen sind es schon so wird das sein allerdings zu klappen so was hat mich übelst aufgeregt dass du jetzt mit meiner warte hier oben rennst ich bin ja schon da gedroht was ist mir so latte auf die beine das ist überhaupt nicht meine das ist überhaupt nicht meine ich brauche irgendeine mga zu nehmen wenn ich das spiel weiter zocken würde dann würde ich bestimmt irgendwann mal über die ich wollte gerade die granate werfen du bist mit mp7 ja schon die ganze zeit hey alter die ist ja ohne irgendeine erweiterung ja dann langweilig bin jetzt auch zu folgen irgendwas einzustellen wie ist es mich eigentlich kennen ja schön der jay äh jaymin ja gekommen und da schieße ich will gar nicht wissen wie lang eigentlich ich bin bestimmt anderthalb stunden zum hochladen also also so ist die rohfolge ja jetzt schon fast eine stunde lang die bleibt eigentlich auch roh also ich will ja auch nicht großartig rausstehen wir haben ja jetzt noch 100 100 irgendwas zuzumachen 125 noch 150 noch 150 wo bist du so gut wo bist du so gut das sind deine ferien ja jetzt mal noch 110 kann das mit gut zu tun 110 wir haben 750 punkte habe 591 wenn du 110 noch machst du bist immer bei 700 also pro 160 wenn dann und jetzt sind es noch 158 wenn ich will granaten kill machen gg junge röstliche basti Das Trapie-System ist so sinnlos Das Trapie-System Ernsthaft Nein, 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 ich habe noch nicht genug Kills gemacht, komm, nicht explodieren, nein, nein, nicht kaputt gehen Ja, sicherlich mal wieder so eine schöne Kornhade Auf dem Weg zu ihrer Position Koordinaten für Blitzschlag empfangen, lebt befogen Zwei bestätigt Naja, zwei Tote, besser ist keiner Knapp 130 noch Verleg mal, du hättest jetzt wirklich alles auf unendlich gestellt Wann wäre dann Schluss? Na gar nicht Oh, schnellst mal Nein Ah Habe ich einmal eine neue Waffe? Nein Warum darf ich sie ausprobieren? Die Sniper von euch hier die ganze Zeit mit der Sniper rumlaufen Aber ich möchte die Drohne nicht, die Drohne finde ich doof Ja, das war klar Hilo schießen müssen Alex, das ist der Sinn des Spiels Naja Hab da jemanden gesehen, bin runter gegangen, dachte mir so gut, gehst wieder hoch und dann haben sie mich aber gefüllt Oh mein Gott Ja, endlich Da hab ich dir die Waffe aufgehoben und du tust Oh Ich hab's auch nicht Basta Nischt Abgeschossen 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 Fehler will ich nie. Ich überleg mal, wir hätten das alleine gemacht, zu zweit. Wie lange wir jetzt... äh, wo meinst du wären? Bei welcher Punktzahl? Das war ja richtig krank. Achtung, feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Lade nach, laden! Lade nach! Ziel gesichtet! Hab ihn! Oh ja, oh ja, oh ja. Gibt's doch nicht, ich hab den doch gemessert. Das Leben ist eine Wundertüte. Achtung, feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Was? Wenn man überall rumcampen muss, ey. Ach, ich glaub eigentlich nur ringsherum und dann wenn ich welche sehe, dann bleib ich im dort stehen. Und die Waffen nehm ich grüßen das auch, um kennenzulernen. Naja, gut. Zwei von drei ist schon in Ordnung. Soll ich schnell dich. Wer hat mich auch stand...? Achtung! Abgeschossen! Bewegung! Du sollst hier aus? Ach! Ach! Maatrix! Warum killst du mich? Ich hab gedacht, ich hab dich gekillt, aber nee, das war jemand anderes. Junge, warum messest du mich? Du weißt doch, das Messer ist kalt, nächstes Mal vorwärmen so. Mein, ich bin wieder King getötet. Doch, ne. Hast du ein Drohnen, nasses. Oh nein. Feinde haben die Drohne zerstört, ist das schlimm. Ich war doch ne Riemen, aber wo bist du? Also, ich denke mal, die Runde geht fast schon anderthalb Stunden. Auch in und eine Viertelstunde würde ich sagen. Ah? In und eine Viertelstunde könnte gut hinkommen. Also, ja, in und eine Viertelstunde könnte... Wie gesagt, das alles hatte ich ein Ei... Ne, hab ich... Oder mach ich zwei... Ne, ich glaub ich mach doch drei Parts Trost. Was? Ja. Wir sind die Imiitern. Wir sind die Imiinern, Ne. So. hallo aufnahme junge ganz kurz bitte noch mal rausgehen dankeschön aber jetzt habe ich das gemacht gehabt da war ich eben das in den channel der war sogar gesperrt gewesen und also mit passwort nein ja habe ich das hintergeschrieben gehabt und jetzt habe ich das ganze gegessen gehabt weil ich dachte so und deshalb bin ich ganz gut so gut zu sein aber jetzt auch immer so einmal an sie ich glaube wie alt die alt waren wer kann es kommt gerade von über das war ich kenne einfach so viele durch die ziel durch den testen so dass ich habe irgendwie fast jedes alter dabei was ich mal durch nehme 20 kills noch knapp das wird ein fest so jetzt nehme ich mal ein scharfschützengewehr auch wenn das nicht ganz so schön ist bestimmt ich bin hier auf der map wenn man rumläuft ja ganz so schlecht sind scharfschützengewehr auch wenn du rumläufst das ist trotzdem mit einem schlafschützengewehr auch wenn du rumläufst das ist trotzdem mit einem schlafschützengewehr auch wenn du das schluss auf seine ausmacht es war da kommen 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 nein ich würde den letzten kill machen r an gut leite alle nur ja geht auf und aber nur ein zweiter er weiß war ich mit trotzdem krank und dann würde ich sagen Leute wenn ich dir ganz gut gefallen hat oder die vier Parts muss bekommen wie ich das jetzt schnell mit der Länge Prozent strebt in den Kommentaren durch das gefallen hat wenn ich einen dann macht mein Daumen nach unten und schreibt mir warum nicht Prozent aber hier natürlich nicht vergessen dann umgeben werden auch sein Netz und ein empfehlen wir uns nächstes Mal wieder mal gucken welchen Spiel das ist und ich bedanke mich natürlich heute mal wieder für die Unterstützung von Matrix alias Tronger von KMN alias mein bester Koppel alias der Ripser von GERN Ciao